Die Klosterkirche St. Katharinen zu Lübeck. Früher einmal Zentrum der Franziskaner im gesamten Ostseeraum, heute eine seit Jahren für die Öffentlichkeit gesperrte Museumskirche. Doch das wird sich jetzt ändern, denn ab dem 29. April öffnen sich die Kirchentüren zweimal pro Woche für Besucher. Und zu entdecken, gibt es in Lübecks einziger noch erhaltener Klosterkirche vieles. Doch bevor es soweit ist und die Kirche wieder als Museum genutzt werden kann, wird noch fleißig gewerkelt. Fünf Jugendliche des Projektes Jugendbauhütte Lübeck bauen hier noch das zukünftige Kassenhäuschen ein. Das, ebenso wie der Ort, an dem es aufgebaut wird, auch so seine Besonderheiten hat. Das Kassenhäuschen, das ist auch vielleicht was Besonderes, ist aus den Resten der Lübeck 1500 Ausstellung, die im St. Annenmuseum gewesen ist. Und da haben wir also die Platten, die vielleicht nicht hundertprozentig das ideale Material für so ein Kassenhäuschen sind, aber die haben wir einfach recycelt. An manchen Stellen im Kassenhäuschen kann man das auch noch sehen, also im Moment noch auf dem Boden oder später wird man das im Schrank sehen können. Da haben wir extra ein paar Stellen gelassen, wo man dann noch Schriftzüge sehen kann. Und diese Platten haben wir also im St. Annenmuseum geborgen und dann daraus, ja, das Kassenhäuschen erstellt. Die 19-jährige Lisa Maria hat das Häuschen entworfen. Für sie ist es eine große Ehre, dass zukünftig ihr Entwurf den Eingang der Katharinenkirche schmücken wird. Ja, also wir hatten ja verschiedene Vorgaben. Also die Aufgabe auch eben Kassenhäuschen für die Katharinenkirche zu entwerfen. Und da war eben die Vorgabe, dass zum Beispiel zwei Personen in dem Kassenhäuschen Platz haben und dass es eben auch in die Katharinenkirche reinpasst, weil die Katharinenkirche ja auch denkmalgeschützt ist. Und somit fand ich es auch wichtig, dass es jetzt nicht zu arg auffällt oder eben sich nicht zu arg ein Fremdkörper eben in der Katharinenkirche ist. Und genau, dann sollte es eben auch die Funktion haben, eben als Kassenhäuschen, dass man gut verkaufen kann. Da habe ich auch zum Beispiel das Übereckfenster, dass man auch noch den Kirchenraum überblicken kann vom Häuschen aus und nicht eben ständig rauslaufen muss, weil es ja ziemlich nervig wäre zum Beispiel. ...